31% Zeitersparnis dank Bausoftware? In diesem Video zeigen wir Ihnen, wie Sie Ihre einfache und schlanke Bausoftware und weniger Aufwand im Büro erreichen. Ist es in Ihrem Unternehmen auch so, dass Sie alle Dokumente per Papier haben, Rapport, wo Papier abgegeben werden, Stunden, wo auf Zettel aufgeschrieben werden von den Mitarbeitern und verlassen Sie sich auch auf Excel oder Word oder sonstige einfache Software, um Ihre ganze Administration zu machen? Sie stellen sich fest, dass dabei viel Handarbeit notwendig ist und auch viel Zeit verloren geht. So gehen wichtige Informationen verloren. Man hat keine Übersicht in den Projekten, überall sind die Informationen verteilt. Mehr Effizienz erreichen Sie, indem Sie eine Software nutzen, die perfekt auf Ihren Betrieb zugeschnitten ist. Was nützt Ihnen eine Software, die viel zu viel abdeckt und Sie überfordert? Und bei der Sorba haben wir unsere Aufgaben gemacht, um modular aufbaute Gesamtlösung zu bauen, die genau perfekt auf Ihre Firmengrösse zugeschnitten ist. Sorba ist die Software für Schweizer Bauernternehmen. Seit mehr als 30 Jahren haben wir Erfahrung in der Branche und haben diese Software immer weiterentwickelt. Über 20'000 Nutzer sparen jeden Tag Zeit bei den Büroarbeiten. Viele Kunden von uns berichten im Durchschnitt 30% Zeitinsparungen bei den täglichen Büroarbeiten. Ein Kunde hat sogar berichtet, dass er eine 100% Stelle einspart im Bereich der Kalkulation im Ausschreibungsprozess. Möchten Sie wissen, wie Sie Zeit einsparen könnten in Ihrem Unternehmen? Für ein paar Jahre Sie heute eine kostenlose Software-Präsentation.